Das ist meine Aktentasche, die habe ich schon ziemlich lange, ein paar Jahrzehnte und da drin sind natürlich, das Bond hat jetzt kein, Akten. Sowas ist da in großer Menge vorhanden. Zum Beispiel die, die muss ich alle noch lesen. Dann brauche ich natürlich noch eine Brille, weil beim Lesen nehme ich die zur Unterstützung und dann finden sich noch viele andere Dinge, zum Beispiel sowas. Die haben schon viele angefasst, aber keine berühmten Persönlichkeiten, sondern die, die mit mir zusammenarbeiten. Die sind toll, aber nicht alle berühmt. Ach, die hat mich eigentlich überall begleitet, in alle Reisen, die ich mache als Bundeskanzler, zum Beispiel auch früher in all den Ämtern, die ich hatte und ich habe damit immer gearbeitet, auch schon übrigens als Anwalt.